Okay, da sind wir irgendwie mit... Hahaha, fast die Geste, ey. Waaah! So... Nein! Mal nachladen. Mal nachladen. Was? Wird jetzt... Ich weiß, der sitzt hier wahrscheinlich jetzt in der Falle. Hahaha. Huh? Der schiefst du an, der ist nicht so... So... Ulf. Wolle. Wir müssen dich. Wir müssen doch jetzt einschalten. Vielleicht die Stimme. Dann wird es schon sein. Wir müssen doch nicht. Dann wird es einen Film gehören. Wolle der Stimme. Das muss mir nicht. wow die können ja rennen ich bin gerade so ein bisschen weil wir so eine fliege gerade machen die aber auch ein krach da noch weiter um okay okay ja, was das? aaaah Oh, der summe Geräusch, Anna. Okay, ich dachte jetzt, der wäre jetzt nicht tot. Okay, wir haben uns ja einigermaßen gut geschlagen. Mann, Mann, Mann. Der Hinterhof voller Zombies. Soll ich noch mal umgucken, ob ich noch mal umgucken? Ich kann sich mal was übersehen, oder? Der sieht aus, als wenn der noch mal aufstehen will. Das ist ein Koffer, da können wir nichts mit machen. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewünsbedürftig, weil die so schnell reagiert. Vielleicht müssen die das mal von der Mausentfindigkeit etwas weiter runterlücken. Okay, funktioniert nicht. Aber egal, ist auch nichts. Immer nachladen. Sehr schön. Aber so haben sie den Platz gelassen, dass du auch hier oben so ein bisschen laufen kannst, dass du den Leuten ausweichen kannst und so. Nicht schlecht. Oh. Flinte. Die Flinte aufgenommen. Okay, wir haben Munition aufgesammelt. Alles klar. So finde ich das ja mal geil. Ach, wir müssen da runter. Okay, alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt wieder runter. So. Das war schön das Slick mir. Okay. Okay, get another one to store. eine menge waffen aufgesammelt gerade kann ich doch mal hat er jetzt gemacht nein ich wollte nicht heute wo wir doch eigentlich verwurscht sein gerade was komisch komisch ok das sind wir ganz leiden mal ja ich glaube ja ich bin nicht schlecht Okay. Du Sau, du. Dann lad mal nach. Volle Munition. Komm, die Leichen sind dann hinterher irgendwann wieder weg. Alles klar. Also muss man sich dann beeilen beim Looten. Okay, da hat man auf jeden Fall genug Platz, um die abzubämsen hier. Einfach mal sehr nett. Von der Grafik hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet jetzt. Also wie feuer das Spiel auch ist halt. Aber so gesehen, macht's doch eigentlich mal Laune. Wenn du siehst, Holy, ich bin nicht der beste Sniper, aber da kann ich mich auch... Oh, ich kann mich auch mal hinlegen. Da bin ich nicht der gute Death by Daylight, sondern auch hier in dem Spiel. Oh, wie geil. Ja, klar. Dann komme ich natürlich zu spät jetzt. Hätte ich vorher looten müssen. Mist. Oh, Mann. Na, wechsel doch mal auf deine Schaf. Hallo. Noch. Ja, endlich. Also, was ist ein Bug jetzt gerade? Ich kann ihm noch meine, äh... Was ist das? Wie hab ich gesagt? Fünf von hundert. Wie schön raus. Hab ich den raus. Oh, was ist das, Alter? Oh, was ist das, Alter? Oh! Hab ich dir jetzt gedacht, dass ich da mal drauf schieße. Das hatte ich gerade auch da vorne. Langsam. Ich muss langsam drehen. Da gibst du mal einen Bug. Oh, jetzt aber. Jetzt hab ich aber die... Ey. Okay, das ist besser. Ziel erreicht. Kontrollpunkt. Ach so, das hätte man auch nochmal abschießen können. Ja, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Was? SV? Ich weiß nicht, ob da einen Unterschied... Ach man, was ist denn mit der Maus? Wechsel doch mal. Okay, hier gibt's nur zwei Varianten zum Hin- und Heranzoomen. Was kommen wir jetzt? Volle Munition, Alter. Sein Ernst? Wie komm ich denn jetzt auf das... Ja, jetzt. Mann, Mann, Mann. Okay, dann habe ich wirklich voll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir hier? Ah, nimmt er auf. Ah, nimmt er auf. E, halten für... Was? Einen Unterschied finde ich, oder? Was haben wir hier? Äh, halten, Leicht und Lösung. Oh, Kolt. Das ist klar. Oh, was war denn da? Oh, was war denn da? Oh, was war denn da? Ah, ist so geil. Okay, wir müssen jetzt hier hin. Was ist denn... Ah, voll. Er wechselt automatisch die Munition. Boah, Alter. Da kriegst du ja mega Gänse auf. Ach du Zeug. Da kommt wieder weg. Mama! Aber, da kommt es gleich weg mit. Okay, gut, let's go, gut. Oh, scheiße. Das sind ja... Oh, was läuft denn hier? Oh, scheiße. Nee, da kommen wir nicht lang. Wir laufen jetzt alle durchs Haus. Wechsel doch mal. Doppelkill. Ja, da war gut. Tolle Ass rein. Ja, das hört doch mal auf, ey. Ah, da kommt noch einer. Ich muss aufpassen, da kommt jetzt dieser Läufer. Boah, krass, Alter, Wasser. Jo, spreng dich mal selbst weg, Hämmer. Jo, ho, 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 ho. Ach, gibt's doch nicht. Lade nach, Bill, Bill. Jawohl. Okay, la Kaniin ist lang. Wala, hier ist ein Ball. Ah, das ist ein Ball. Ja, Sie haben eine Rache. Hey, ich musste dich in die Rache. Ich kann das nicht verbreche, aber... Ich muss dich in die Rache, aber... Ich muss dich in die Rache, aber... warum kann ich dann auch mal den kolzen nehmen das ist ja mal wow da bin ja das war mal gut jetzt na zurück Mist da muss ich echt beeilen oh man hat er also das ist jetzt auf mittel ich glaube da gibt es vier vier stufen die du das spiel spielen kannst und ich spiele das auf mittel also nicht auf einfach aber eine stufe danach die zweite es ist ja heftig also wenn ich wissen wie die anderen stufen sind das ist ja brutal ist dann nachladen kann aufnehmen die ganze fußspuren hier ach die sind von uns oder was diesen kopf will ich haben ne der hat ja mal aber der ist ja geil ach man was ist das denn ok wahrscheinlich Punition jetzt wieder findet aber ich glaube ich glaube ich werde das ist ja nimmt ja auch nichts mit der Zielen aber jeder war ach man die steuer manchmal ist das so ein bisschen wenn es bedürftig also sie von Anfang an ja landmite voll schade oder die der automatisch aufgesammelt der jubel und munition das war und dann gehen wir weiter ich verlaufe hier gerade hier muss meine rolle wenn dort denkt man da oben wohl gehört interessant alles ausgestorben hier haben kein blut an der wand aber hauptsache ja